Ich denke, dass jede Person sollte mit Hypnose arbeiten. Ich denke, dass jede Person sollte mit Hypnose arbeiten. Ich denke, dass jede Person sollte mit Hypnose arbeiten. Ich denke, dass jede Person sollte mit Hypnose arbeiten. Ich denke, dass jede Person sollte mit Hypnose arbeiten. Ich denke, dass jede Person sollte mit Hypnose arbeiten. Ich habe viele Forschungen gemacht. Bitte unterschreiben, um neue Videos zu haben. Ich denke, dass jede Person sollte mit Hypnose arbeiten. Erstens.